Willkommen in den Vivi News. Heute Themen wie zum Beispiel MCP, denn das steht jetzt wirklich kurz vor der Tür und jetzt wirklich kein Soon mehr, sondern wirklich bald. Und außerdem gehen wir auf das Thema Omi-Token ein. War das Ganze ein Fake-Out oder sollte man am besten jetzt investieren? Diese Frage klären wir auf jeden Fall außerdem und wir gehen auf das Thema ein, warum Disney-Fans wahrscheinlich mit einer der verrücktesten Sammler überhaupt sind. Das und mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin Stein Captain, dein Vivi Uchi mit den wichtigsten Vivi News, die du auf jeden Fall da draußen nicht verpassen solltest. Und heute habe ich auf jeden Fall wieder eine Menge mit dabei, von Omi-Token bis hin zur MCP ist alles mit dabei. Deswegen würde ich sagen, starten wir an dieser Stelle auch direkt rein ins Thema. Bevor wir jetzt aber damit direkt rein starten, viele Leute werden sich fragen, hey, was ist denn gerade los, warum sind keine Drops da? Ich kann es euch auch nicht sagen, ich habe tatsächlich Vivi einfach mal angeschrieben und gefragt, was da los ist. Ja, wahrscheinlich wird es eine relativ droplose Woche werden, so wie es momentan auf jeden Fall aussieht. Denn wir haben auf jeden Fall keine Ankündigung für Donnerstag, das heißt eventuell am Wochenende einen Drop, aber ansonsten auch nicht sehr viel mehr. Finde ich aber gar nicht so schlecht, denn auch mal eine Woche Pause ist auch mal ganz gut fürs Portemonnaie. Jetzt schauen wir uns aber wirklich auch das richtige Thema an, worum es heute geht. Und zwar geht es nämlich heute um das MCP-Programm, und zwar beziehungsweise um den nächsten Code-Release. Und der ist nämlich hier die 1240 bzw. V1240. Und dort sind unter anderem Dinge wie zum Beispiel dieses automatische Ausloggen gefixt worden. Für die Leute, die sich jetzt fragen, ja warum ist das denn aber immer noch der Fall? Das ganze Update wird erst wahrscheinlich jetzt in der Woche noch kommen. Das heißt, im App Store ist es noch nicht verfügt, aber ich habe nochmal extra nachgeschaut. Dort haben wir noch die alte Version. Das wird auf jeden Fall hier dann gefixt in dem nächsten Update. Außerdem ist hier auch die Einführung von MCP-V1 bzw. Ranks und Leveln ein Part davon. Und das wird dann im Prinzip ausgerollt wie bei dem normalen Ausrollprozess. Das habe ich euch schon mal vorgestellt. Und wenn du jetzt nicht weißt, ja wie ist denn jetzt dieser Ausrollprozess? Ich packe dir unten in die Videobeschreibung den Medium-Artikel. Dann kannst du dir das dort nochmal genau anschauen, denn das würde jetzt einfach den Rahmen des Videos sprengen, wenn ich da jetzt nochmal drauf eingehen würde. Das ist auf jeden Fall ein sehr positives Zeichen. Das heißt, wir können hier in insgesamt 5 bis 6 Wochen, sage ich jetzt mal so, in etwa für alle mit MCP rechnen. Davor wahrscheinlich noch einige Leute, die das schon in Beta testen könnten. Aber für mich persönlich ein sehr positives Zeichen und zeigt ja auch, dass Mitch auf jeden Fall dort einen sehr guten Job macht. Außerdem ist hier auf jeden Fall das Crypto Pay-In-Testing weiterhin pausiert, wird dann aber weiter auch fortgeführt mit weiteren Testern. Dann kommen wir zu dem Thema. War das bei dem UMI-Token ein Fake-Out oder war es kein Fake-Out? Dann sollte man am besten jetzt kaufen. Ja und mit dieser Frage habe ich mich ja schon mal im letzten Video beschäftigt. Und wenn wir uns heute mal den UMI-Token anschauen, ja dann sieht das gar nicht so schlecht aus. 6,5% heute auf jeden Fall in den letzten 24 Stunden gewesen. Und wenn man sich insgesamt mal die letzten 14 Tage anschaut, ist es hier eigentlich ein stetiger Trend nach oben, der meiner Meinung nach jedenfalls sehr positiv ist. Wenn man sich das Ganze jetzt nochmal auf dem Chart anschaut, dann sieht das noch sehr viel interessanter aus. Denn wir hatten nämlich hier diesen sehr sehr großen Breakout, haben dann nochmal hier diese Zone angetestet, die sehr sehr wichtig war. Beziehungsweise haben sogar jetzt hier diese Resistance, die sich gebildet hatte, auch überwunden. Was sehr sehr wichtig ist, denn diese Resistance hat sich auch in der Vergangenheit öfters mal den Preis daran gehindert, weiter nach oben zu gehen. Jetzt sind wir tatsächlich sehr schön hier am Marschieren nach oben. Und was auch sehr schön ist, wir haben hier nochmal eine wunderschöne, wie im Bilderbuch, Confirmation gesehen, dass der Preis nicht weiter nach unten möchte, sondern weiter nach oben. Das sieht man hier in den Red Candles. Ihr seht das hier genau auf dieser grünen Zone. Haben sie reagiert, sind nicht drunter gekommen, was ein Zeichen dafür ist, dass der Preis weiter nach oben gehen möchte. Die nächste Zone, die auf jeden Fall sehr interessant wird, ist hier diese 0,001-1-Zone. Denn ja, diese war auch in der Vergangenheit immer mal wieder recht interessant und ist für mich persönlich auch mit von sehr großer Bedeutung. Wenn wir diese Zone brechen sollten, dann sieht es auf jeden Fall tendenziell sehr sehr positiv aus. Und wenn wir hier nochmal wirklich einen schönen Breakout hinlegen, wie ich sie eingezeichnet habe, nochmal Test machen auf diese Zone, dann ist es eigentlich ziemlich wahrscheinlich, dass wir hier weiter nach oben gehen. Ich teile natürlich an dieser Stelle nur meine Meinung mit euch, wie das Ganze sich entwickeln könnte. Ob ihr jetzt investiert oder nicht, das liegt natürlich ganz bei euch. Ich persönlich jedenfalls investiere weiterhin DCA-mäßig, beziehungsweise habe hier unten auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen was eingekauft. Aber ja, das ist auf jeden Fall jedem seine Sache. Der Kurs kann natürlich nochmal nach unten gehen und ich kann mich täuschen, das müsst ihr euch immer bewusst sein. Und ansonsten kommen wir auf ein Thema zu sprechen, was ich persönlich absolut krass finde. Und zwar nämlich, wie krass Disney-Fans teilweise drauf sind. Und zwar geht es nämlich hier um von einem Wasserfall oder von irgendeiner Wasserattraktion, nämlich das Wasser, was dann tatsächlich auf Ebay verkauft wurde. Und wenn man sich das mal anschaut, hier ein Glas voll Wasser, wirklich, wirklich absolut krass. Für 700 Dollar verkauft, für 500 Dollar verkauft, für 300 Dollar verkauft. Also ja, das ist vom Disney Splash Mountain Water. Also völlig abgefahren, wenn man sich das einfach mal vorstellt. Das ist einfach wirklich nur Wasser und aus einem Disney-Park. Und der wird hier irgendwie für mehrere hundert Euro verkauft. Das ist schon ziemlich abgefahren. Und wie ViviMagic hier an dieser Stelle auch schon schreibt, das wird wirklich extrem, wenn man hier auf jeden Fall dann irgendwann diese Disney-Fans in die App bekommen sollte. Denn dann, glaube ich, geht es richtig ab. Also wenn man hier für ein Glas Wasser 700, 500, 300 Dollar bezahlt, ja, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo alle meine NFTs stehen werden. Kannst du mir auf jeden Fall aber auch sehr gerne deine Meinung zu dem ganzen Thema in die Kommentare schreiben. Denkst du, dass Disney-Fans mit einer der härtesten und krassesten Fans sein werden in der Vivi-App, was Collecting angeht oder ist es vielleicht eine andere Seite? Schreib es mir sehr gerne unten in die Kommentare. Jetzt kommen wir noch auf jeden Fall auf einen ganz kurzen Hinweis zu sprechen. Und zwar nämlich von der guten ViviFox für alle Leute, die den ViviX-Tracker nutzen. Und zwar geht es nämlich um die Daten von den aktiven Wallets, Transfers, Traders und Käufern. Denn diese sind durch das Merging sehr beeinflusst. Und dementsprechend wird es hier auf jeden Fall einige hohe Prozentzahlen geben, wie man das hier auch schon sieht. Also hier 140%, 183%. Diese Zahlen sind aber tatsächlich nicht ganz reell. Also sie sind schon wahr, aber durch das Mergen einfach verfälscht. Deswegen beachtet das auf jeden Fall ganz stark, wenn ihr den ViviX-Tracker nutzen solltet. Und das war es an dieser Stelle mit dem ganzen Video. Am Samstag wird es wieder einen Livestream geben. Ob ich den alleine mache oder mit jemand anderem zusammen, werde ich dich auf jeden Fall noch sehen und dich natürlich auf dem Laufenden halten. Aber nichtsdestotrotz wünsche ich dir auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle einen wunderschönen Morgenmittag. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin dein Captain. Ciao, ciao.